Was war das für, für, für ein Spiel gestern? Ähm, wir sind wirklich traurig über Ergebnis. Wir hatten wirklich sehr viel Pech, dieses Spiel. Erst unser eigenes Tor, dann Schachiri macht 1-1, wieder mit Millimetra. Schachiri sagt immer, wenn er so ein Tor macht, schlapp, tap, Aluminium-Tor. Aber ich wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen, weil Spawn ja nichts anerkannt hat Kosovo und ähm... Ich konnte leider Mannschaft nicht helfen. Ich durfte leider nicht spielen wegen Gelbspehre. Ich hab extra gemacht für dieses Spiel, meine Haare wie Son Gohan gegen Cell mit dieser Strähne. Für Motivation, aber sehr schade. Außerdem, Schießrichter war gegen uns. Hast du gesehen, ganzes Spiel, wir haben bekommen rote Karte für nix. Das war kein Rot. Er kommt von vorne, Beine nix gestreckt, nix oben, Ball gespielt, kein Rot. Als Elfmeterschießen angefangen hat, ich hab... Nochmal versucht, das Team zu motivieren, wie letztes Spiel. Sogar Trainer Wladimir hat mir zugehört, als wäre ich Trainer. Ich hab ihm gesagt, konzentrieren. Ich hab ihnen gesagt, hey, oh Kollege, je länger ein Kampf dauert, desto stärker wird eine Saiyajin. Je länger der dauert, desto näher kommst du zu werden, Super Saiyajin. Dann hat angefangen Elfmeterschießen. Ähm, wir sind... Wir sind 100% motiviert reingegangen. Leider hat Vargas letzte verschossen, aber man kann ihm nix anschreien. Jeder hat gegeben seine Beste. Wir haben als Team alles gegeben in diesem Turnier. Nächstes Mal färbe ich meine Haare blau wegen Super Saiyajin Blue. Aber lustigste Szene gestern war Ciro Immobilie. Was ist das für ein Name Immobilie? Ist er Immobilienmarkler oder was? Er wurde gefault, dreht sich wie Naimori, auf einmal die schießt ein Tor. Läuft los, als wäre nix gewesen. Außerdem, Afrim und Baschkim, Entschuldigung. Ihr habt in eurem Song gesungen. Und an Jaka macht den Adler. Schweiz gewinnt EM durch Albaner. Das haben wir leider, leider nix geschafft. Afrim, Baschkim, Entschuldigung. Wir werden 100% gewinnen in dem nächsten Turnier. Und an Jaka macht den Adler. Schweiz gewinnt EM durch Albaner. Alle Leute, kein Kontrolle. Alle Länder, tanzen wollen. Singt die Erde jetzt alle mit. Und Markus kriegt eine Wanda am Kick. Setzt euch alle vor dem Fernseher hin. Und guckt alle zu, wie Deutschland gewinnt. Und wir singen. Wenn I get older, I will be stronger. Willkommen in Frieden, wie mein Albanische Flan.